Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute ist Montag und Montag dachte ich mir, da hauen wir mal diesen Montags-Clitch raus. Insider wissen, was es bedeutet. Ist ja egal. Auf jeden Fall, was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall so ein Klappmesser und ein Scharfschützengewehr. Das gibt es beides im Ammonation. Und dann sucht ihr einfach so eine Stelle aus, wo ihr rennen könnt. Ich habe das mal auf der Yacht gemacht. Es ist eigentlich scheißegal wo. Dann nehmt ihr das Klappmesser, rennt nach vorne so schnell wie ihr könnt, wechselt im Rennen auf Scharfschützengewehr und sofort die Ego-Perspektive rein. Und dann seht ihr, es hat jetzt nicht so gut geklappt, aber ihr seht, wie ihr einfach slidet. Also, ne? Die anderen sehen es zwar ein bisschen anders, es ist jetzt nicht so der super Über-Clitch. Auf keinen Fall. Also das möchte ich auch gar nicht damit sagen, aber ich finde, man könnte es mal machen, wenn einem wirklich scheiße langweilig ist. Und deswegen bringe ich den heute am Montag raus, weil der super ist. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt nochmal einen anderen Versuch. So, vielleicht klappt es mit dem Versuch besser. So, naja, bisschen besser. Es ist jetzt blöd, weil die Treppe dazwischen ist. Ihr müsst es auf jeden Fall, oder ihr solltet, oder könnt, wie ihr das halt wollt, irgendwo machen, wo Platz ist. Weil dann slidet ihr wirklich über die ganze Map, bis halt irgendein Gegenstand kommt, an dem ihr nicht vorbeikommt, dann bleibt ihr da hängen. Aber wenn ihr freie Bahn habt, zum Beispiel am Flughafen oder auf der Hauptstraße in der Stadt drin oder so, dann funktioniert das super. Hier auf der Yacht war ja, da war jetzt nicht so viel Platz, um das auszuprobieren. Die anderen sehen es ein bisschen anders wie ihr. Also Flip probiert es jetzt auch gerade und Etikett ist auch dabei. Ah, jetzt hat es nicht geklappt. Also es ist auf jeden Fall jetzt nicht ganz einfach. Man braucht schon zwei, drei Versuche oder vier vielleicht, um es mal hinzukriegen. Also gibt es nicht beim ersten Mal auf. Wie ihr seht, bei mir klappt es jetzt auch nicht mehr so. Ja, ist einfach reine Übungssache und das Timing muss halt passen. So, beim Flip hat es jetzt geklappt und wie ihr seht, für die anderen Leute sieht es gar nicht so smooth wie aus, sondern die ruckeln oder backen sich einfach durch die Map durch. Flip hat sich sogar direkt in die Kabine geslidet. Super. Ja, das war es eigentlich schon. Also, Klappmesser auf, losrennen, Scharfschützengewehre in die Hand und sofort in die Ego-Perspektive wechseln. Und das war es eigentlich schon. Also Jungs, in dem Fall, wir sehen uns vermutlich morgen wieder. Also, ciao Jungs. Also, Klappmesser.